Haha, ja, nein! Okay, 90 Sekunden, Nuri Sahin. Erste Frage, was darf man bei diesem Spiel nicht sagen? Negativ oder positiv antworten. Welches Trikot magst du lieber, das Gelbe oder das Schwarze? Gelbe. Nicht das Schwarze? Gelbe. Jetzt sind wir einen Tag hier, wie gefällt es dir in Mabea? Sehr gut. Gut? Sehr, sehr gut. Wo bist du im Urlaub gewesen? In Berlin. War es gut? Sehr schön. Mit wem warst du da? Mit meiner Familie. Hat es dir auch gefallen? Ich denke schon. Was darf man bei diesem Spiel nochmal nicht sagen? Positiv oder negativ antworten. Okay, was anderes. Wer wird Weltmeister dieses Jahr? Spanien. Nicht Deutschland? Ich denke, dass Spanien machen wird. Also Frankreich auch nicht? Brasilien oder Spanien? Spanien oder Brasilien? Spanien. Wer war besser? Figo oder Zidane? Zidane. Oder Beckham? Definitiv Zidane. Zidane? Zidane war der Beste. Erinnerst du dich noch, als Jan Koller im Tor gestanden hat? Gegen Bayern war das. Würdest du auch mal im Tor gerne stehen? Das ist nicht so mein Fall. Nicht? Wirklich nicht. Auf welchem Platz steht meiner Zagen gerade? Auf dem ersten. Zufrieden damit? Ja, nein. Sehr zufrieden, ja. Nein, ist das schlecht. Meiner Zagen macht das gut, steht zu Recht auf dem ersten Platz. Willst du auch mal Trainer werden später? Sehr gut? Du bist ja. Du bist ja. Ich glaube schon mal Trainer. Du bist ja... Du bist ja. Du bist ja. Untertitelung des ZDF, 2020